Nummer 5 Und hier die Wettervorhersage für Deutschland. Morgen ist es im Süden wieder den ganzen Tag übersonnig, Temperaturen zwischen 5 und 10 Grad. Im Nordosten dagegen bewölkt, vereinzelt mit etwas Sprühregen oder Schnee. Dabei gehen die Temperaturen zurück auf 1 bis 4 Grad. Es wird also noch etwas dauern, bis der Frühling kommt. Nummer 6 Schicken Sie uns Ihre Fragen und schalten Sie ein. Nummer 7 Und hier die Verkehrsmeldungen. A1 Dortmund Richtung Köln zwischen Gewilsberg und Kreuz-Wuppertal-Nord. Die Bauarbeiten sind beendet. Die Straße ist wieder vierspurig befahrbar. Der Stau auf der A3 Köln Richtung Frankfurt zwischen Kreuz-Köln-Ost und Dreik-Heumer hat sich aufgelöst. Auch hier können Sie wieder normal fahren. Achtung Autofahrer auf der A31 Bottrop Richtung Gronau. Zwischen Heeg und Gronau-Ochtrup kommt Ihnen ein Fahrzeug entgegen. Fahren Sie langsam äußerst rechts und überholen Sie nicht. Nummer 8 Haben Sie Lust auf einen Wochenend-Trip nach Italien? Radio Pop FM macht's möglich. Rufen Sie an und sagen Sie uns, was zurzeit Ihr Lieblingssong ist. Welcher Song soll in die Hitparade? Mit etwas Glück gewinnen Sie ein Wochenende in Rom für zwei Personen im Vier-Sterne-Hotel. Daneben gibt's jede Woche 10 Einkaufsgutscheine im Wert von 150 Euro zu gewinnen. Also anrufen und gewinnen mit Radio Pop FM. Nummer 9 Das waren die Nachrichten. Und hier noch eine Meldung der Polizei. Seit gestern Abend wird Herr Rainer Lohmann vermisst. Herr Lohmann ist 80 Jahre alt und war auf dem Weg von der Hermannstraße zu seiner Wohnung in Frankfurt-Griesheim. Herr Lohmann ist ca. 1,70 Meter groß, trägt einen braunen Wintermantel und eine Brille. Er hat Schwierigkeiten, sich zu orientieren. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. Ende von Teil 2 53 Nachrichten Kale corruption b Kale ein pro Kale 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 Kale